Das war erst richtig. So, hat's am Locker Eintragen. Jawohl. Cool, David, der springt da rein. Ich sehe ihn, super. Alle richtig unterwegs hier. Ganz flott auch noch die Nina. Schaut euch das an. Da gibt's keine Müllungsverscheinungen heuer. Ich glaube, der Grazer war 2008 und der... Oh mein Gott. Aufpassen. Exklusiv? Ja. Schrecken zu. Sehr, sehr fein machen alle hier mit. Freiland, wenn ihr Soundfest nachher hier hinten bleibt. Schön, dass sie alle da bei uns sind und wir mitmachen und mitmachsen. Das sind die Abläuse. Ist nicht der Lohn für 8 km Arbeit. Jetzt sind sie über 2 km hinunter. Ohne Freiland. Dessen sind wir da schon fast im Ziel, meine Lieben. Also nur mal 2 km. Ja. Es geht locker. Was ich noch gleich einmal im Ziel. Dann machen wir uns. Natürlich wieder 2 km. Das Marker Powertrain hinten ist. So rumtabst du dann. Zeit zum nur in Richtung Augehalten allerdings. Und vorher haben wir noch das wunderschöne Antenne Soundkisten hinten ist. von der Mitte bis 2 Euro. Und noch einmal im Marker Powertrain. So was hat es hier? Wir machen ein bisschen Partybunkel. Wenn du das in Richtung Auge tiden kannst du in Richtung Auge machen. Ja, Roman, einfach in die Bälle. Eine Springer, dann ist super, tja, Paul, jetzt schauts einmal wie entspannt die zu uns, kommen das ganze nach 8 Kilometern, bravo Paul, hier zieh, geh da, der schaut super aus, das ist der Locker, also kommst du auch mal mit der Damen und Herren vorbei, hier unterwegs sind wir ein Balscher, ein Berge, jawoll, und die Daniela, super, Berge wird doch, ihr seid super drauf, ja, so, wir sind da sehr cool, so, Daniel, und runter kommen wir auch wieder, so, unsere Athletinnen und Athletinnen, bravo Paul, frisch und ex, jawoll, und sie haben bekanntlich auch schon mit dabei, so, jetzt eine ganz andere, eigene Perspektive, gell, ehrlich, eine freiwillige Perspektive, ich glaube, dass es ein Fitnessstudio kommen ist, das ist jetzt ein Fitness, das ist ja Wahnsinn, schminkt alles, die Bäsur sind zuerst zwar wahnsinnig beschissen, äußerst, na genau, die schaut zumindest sehr entspannt aus, das ist gut so, aber die grünen Sachen gemacht, das glaube ich, so, wir wollen, okay, dann wollen sie es wirklich. Geld, hätte ich jetzt gesagt, sind wir, oder? Wir sind gerne. Geld, als Geld, die Antenne. So, haben wir hier raus, Julian, in Luft in Höhen, wirst du fotografiert, Paul genauso. Was für mehr zwei Kilometer? Robert, jawoll, endlich ein Mittzwanziger, der unterwegs ist. 25 Jahre mit der 20 Jahren Erfahrung, hätte ich gesagt. So, da sind sie wieder unterwegs, unsere Beißerinnen, super! Jawoll, herzlich willkommen hier in der Renaissance-Kiste. So, dann kann sie jetzt mal hier hin, wofür wir auch hierher fahren, wofür wir auch hierher haben. Was wird hier unterwegs mit Ihrer Beißerinnen und Beißerinnen und Beißerinnen und Beißerinnen dass das wieder einmal sind, dass du mit der Beißerinnen und Beißerinnen und Beißerinnen und Überraschern bei dir abreißen kannst, Vielen Dank.